Hallo, ihr fabelhaften Löwegeborenen und Löweaszendenten. Herzlich willkommen zu eurem Monatshoroskop Liebe und Leben im August 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf und ganz herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im August Geburtstag feiert. In eurem Leben ist eine Menge los, sowohl beruflich als auch in der Liebe. Singles können sich verlieben, Festliierte erleben ein Auf und Ab der Gefühle. Falls ihr euch ein Geburtstagshoroskop mit den Tendenzen für euer neues Lebensjahr gönnen wollt, könnt ihr euch gerne für eine Geburtstagsberatung bei mir melden. Ihr findet mich über meine Homepage oder mein Kundentelefon und die Infos verlinke ich unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier im Bild. Im August wechselt die wilde Lilith ins Zeichen Wassermann und das ist für euch besonders wichtig, denn sie geht dann durch euer kosmisches Partnerhaus. Dazu gibt es ein neues Video-Special von mir. Darin erfahrt ihr auch, was der Lilith Transit für euer Sternzeichen bedeutet. Und aus diesem Anlass verlose ich in diesem Monat eine Lilith Beratung. Die könnt ihr bestimmt gut gebrauchen. Wie ihr an der Verlosung teilnehmt, das erfahrt ihr am Ende des Videos. Also bleibt dran. Alles über eure langfristigen Tendenzen und welche Geburtstagskinder spezielle wichtige Aspekte empfangen, das erfahrt ihr in meinem Jahreshoroskop entweder im Video oder ihr könnt es auch in meinem Buch nachlesen. Und weil das halbe Jahr könnt ihr das Jahrbuch ab sofort mit 50 Prozent Rabatt erwerben. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und jetzt wollen wir in eure Sterne für den August schauen. Jede Menge kosmische Energie stürmt auf euer Sternzeichen ein. Ihr wollt wahrscheinlich viel bewegen und viel unternehmen, aber es läuft nicht immer alles so, wie ihr es euch vorgestellt hattet. Am besten ihr bleibt flexibel und gelassen und rechnet damit, dass sich Pläne ändern und dass euch Menschen überraschen. Dann könnt ihr sogar richtig Spaß an den Konstellationen haben. Die Sonne steht in eurem Zeichen, im Löwen. Das ist toll für eure Vitalität und Ausstrahlung. Auch der Mondknoten steht im Löwen und eure Chancen, dass euch ein Seelenpartner findet, sind weiterhin besonders gut. Der Merkur steht ebenfalls im Löwen, ist allerdings rückläufig. Deshalb müsst ihr damit rechnen, dass ihr nicht immer so verstanden werdet, wie ihr es gemeint habt. Die Venus steht im Zeichen Jungfrau und damit in eurem kosmischen Geldhaus. In der ersten Woche könnt ihr deshalb gut ein Schnäppchen machen. Aber mit größeren finanziellen Entscheidungen solltet ihr noch abwarten, bis der Merkur am 19. August wieder direktläufig wird. Der Mars ist weiterhin rückläufig im Zeichen Wassermann in eurem Partnerhaus und zusammen mit dem rückläufigen Merkur kann das euer Beziehungsleben behindern. Euch fehlen irgendwie die guten Ideen oder die Lust zum Handeln. Lasst es einfach ruhig angehen und streitet euch nicht deswegen. Das könnte passieren, weil der Mars hier so stark angespannt steht und die ganze Spannung geht eben auch ins Löwezeichen rein. Und weil Uranus, der an dieser Spannung beteiligt ist, in eurem Karrierehaus steht, kann es bei Streitigkeiten auch ums berufliche gehen, um berufliche Pläne, wobei sich vielleicht der Partner oder die Partnerin nicht einbezogen fühlt. Am 6. August geht die Lilith ins Zeichen Wassermann in euer kosmisches Partnerhaus und trifft sich dabei auch gleich schon mal mit dem Mars. Da müsst ihr auch aufpassen, dass es da nicht vielleicht zu einem Streit kommt. Sie verkörpert einen großen Freiheitsdrang und zusammen mit dem Mars weist sie darauf hin, dass euer Partner oder Partnerin einen eigenen Kopf hat und möglicherweise ganz andere Dinge will oder anstrebt als ihr und dann kann es darum Auseinandersetzungen geben. Alles über diesen wichtigen Transit und wie er sich für euer Sternzeichen oder euren Löwe-Ascendenten auswirkt, erfahrt ihr in meinem Special Kreativ, Wild und Frei, Lilith im Wassermann. Schaut euch das bitte unbedingt an. Am 7. August wechselt die Venus das Zeichen und geht in die Waage und sie bildet dann bis zum 9. September einen günstigen Aspekt zur Löwesonne und hilft euch liebevoll und wertschätzend zu kommunizieren. Das ist auch nötig, denn noch bis zum 11. August ist die Streitgefahr erhöht und übrigens auch das Risiko, sich im Alltag zu verletzen, es erhöht. Vor allem, wenn ihr in den ersten Tagen des Löwe-Zeichens Geburtstag habt oder wenn ihr wichtige Positionen auf 0 bis 5 Grad Löwe habt. Schaut euch dazu bitte auch nochmal die kosmische Schwingung an. Da habe ich das Horoskop von George Clooney analysiert. Der ist Stier und hatte einen Motorradunfall und der hat den Mars auf 0 Grad Löwe und hat da auch genau diese kosmische Spannung abbekommen und die Konstellation ist jetzt exakt bis zum 11. August, dauert aber insgesamt noch bis zum Ende September. Das heißt also, ihr solltet überhaupt jetzt August und September über gut auf euch achtgeben und keine unnötigen Risiken eingehen. Und lasst euch auch bitte nicht provozieren und versucht euch nicht um jeden Preis durchzusetzen. In diesen Tagen solltet ihr alles tun, was hilft, Spannung abzubauen, also gerade in den Tagen bis zum 11. August. Und dabei ist auch knisternde Erotik sehr hilfreich. Ja, am 11. August selber, an dem Samstag, ist dann der Neumond im Zeichen Löwe und der kann eine Wende zum Besseren bringen. Nutzt diese Energie für eine Neumond-Meditation, wo ihr euch darüber klar werden könnt, was ihr euch von euch selbst und in eurer Beziehung wünscht. Das kann ein guter Impuls für einen gemeinsamen Neuanfang sein, bei dem man Querelen der Vergangenheit hinter sich lassen kann. Weil der Merkur noch rückläufig ist, hier auch mit dabei bei dem Neumond, behaltet eure Ideen erstmal für euch und prüft sie innerlich. Ihr könnt den Neumond natürlich auch nutzen, um ein ganz persönliches neues Projekt zu beginnen. Schließlich findet er ja in eurem Zeichen statt. Ab dem 12. August beginnt dann eine beruflich sehr produktive Phase für euch, die bis zum Monatsende anhält und auch finanziell Gewinne bringt. Nur zwischen dem 23. und 28. seid bitte vorsichtig mit finanziellen Entscheidungen und streitet möglichst auch nicht mit dem Partner übers Geld. Am 13. August läuft der Mars zurück ins Zeichen Steinbock und dann lassen eventuelle Spannungen in der Partnerschaft nach. Am 19. August wird der Merkur im Löwen wieder direktläufig und der 19. und 20. sind dann ideal, um liebevolle Beziehungsgespräche zu führen. Am 23. August morgens um 8.06 Uhr geht die Sonne dieses Jahr ins Zeichen Jungfrau. Sie aktiviert dann für die kommenden vier Wochen euer kosmisches Geldhaus, wobei es um eure persönlichen Besitztümer, aber auch innerlich um euer Selbstwertgefühl geht. Gut möglich, dass ihr euch für den Rest des Monats verstärkt um eure Karriere kümmert oder euch in die Arbeit stürzt, falls es noch Beziehungsprobleme gibt, um euch davon abzulenken. Denn positive Impulse und Anerkennung dürft ihr jetzt in eurem Job erwarten. Das gilt besonders für die erste Dekade des Zeichens Löwe. Die Geborenen der zweiten und dritten Dekade müssen öfter mal kämpfen, um zu bekommen, was ihnen zusteht. Der Vollmond am 26. August ist spannend für euch, denn was ihr zu Neumond begonnen habt, kann rund um den Vollmond schon erste Ergebnisse bringen. Es kann ein beruflicher Erfolg sein oder ein Durchbruch in eurer Beziehung, solange ihr darauf verzichtet, alte Wunden nochmal aufzureißen. Am 27. August wird dann endlich auch der Mars wieder direktläufig. Er steht dann noch im Steinbock und wird ab dem 11. September wieder durch euer Partnerhaus laufen und dann im Vorwärtsgang. Dann kommen Beziehungsthemen, die noch nicht geklärt waren, wieder auf den Tisch. Vielleicht streitet ihr euch dann auch nochmal, aber das ist dann mehr wie ein reinigendes Gewitter. Auch ein Flirt, den ihr im Mai angefangen hattet und der zum Erliegen gekommen war, kann dann nochmal aufleben. Euer Liebesleben bleibt also spannend. Das waren eure Konstellationen im August. Falls ihr ein persönliches Anliegen habt, auf das ich hier in den allgemeinen Sternzeichen-Roskopen nicht eingehen kann, könnt ihr euch gern für eine Beratung an mich wenden. Alle Infos findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung. Mein nächstes Webinar Antonias Sterne ist diesmal am Samstag, den 1. September 2018 um 17 Uhr. Da könnt ihr mir eine Frage zu eurem persönlichen Horoskop stellen, zum Beispiel zu dem Transit von Lilith durch den Wassermann. Und jetzt komme ich zur Verlosung und weil die Lilith in den Wassermann geht, gibt es eine Lilith-Beratung zu gewinnen. Da können wir uns in Ruhe anschauen, wie sich der Transit von Lilith durch den Wassermann in eurem persönlichen Horoskop zeigen wird. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil, postet mir hier einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Und ich freue mich auch riesig, wenn ihr meine Videos teilt, so dass sich auch eure Freunde über die Botschaft der Sterne informieren können. Zum Abonnieren einfach hier klicken, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Zum Schluss möchte ich euch noch meine Specials empfehlen, natürlich das Neue über Lilith im Wassermann, aber auch über Uranus im Stier, Chiron im Widder und Saturn im Steinbock. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.